Warum wolltest du Facility Management und Immobilienwirtschaft studieren? Ich arbeite seit zwei Jahren in Kitzbühel in der Luxusimmobilienbranche, bin dort als Assistentin in der Geschäftsführung tätig und wollte eigentlich dann in den Verkauf und deswegen dann auch die Entscheidung, berufsbegleitend studieren zu gehen. Wie motivierst du dich neben dem Beruf zu studieren? Ich glaube, nach fünf Jahren Arbeiten ist es dann wirklich eine andere Motivation, berufsbegleitend zu studieren, weil man dann doch halt, man braucht die Qualifikation, um weiterzukommen und das ist eigentlich Ansparung genug für mich. Hat dich das Studium beruflich schon weitergebracht? Ja, auf jeden Fall. Ich habe bereits meinen zweiten Job deswegen geangelt in der Immobilienbranche. Beim Winterkongress habe ich verschiedene Kontakte auf LinkedIn verknüpft und da hat mich jetzt mein jetziger Arbeitsgeber bzw. ein zukünftiger Arbeitsgeber gefunden und mich angeschrieben. Und jetzt bin ich dann ab 1. August als Standortleiterin für Tirol bei einem größeren Bauträger tätig. 19 Mai 209 23 48 40 31 41 42 41 45 42 41 !,